regionalfernsehen harz präsentiert kabarett genial im juni in zehn schritten zum weltretter es sieht nicht gut aus für klima und umwelt und die politik kriegt es offensichtlich nicht geregelt aber den kopf in den sand stecken bringt ja auch nichts höchste zeit für deutschlands erstes reines umwelt kabarett programm jahn jahn macht die in zehn schritten zum welt retter mich hat die weltrettung ehrlich gesagt komplett überfordert bin ich also einfach mal hin zu greenpeace deutschland leute bitte ihr seid doch die experten nennt mir mal nur die eure meinung nach sagen wir mal zehn wichtigsten maßnahmen also was jeder von uns zuallererst tun könnte um ein weltretter zu werden ja man glaubt kaum ich fasse es bis heute nicht die haben da echt vier wochen für gebraucht engagiert herrlich ironisch und auch gern mal politisch und korrekt die welt retten und spaß dabei haben wie das geht erfahren sie am fünften sechsten und siebten juni bei kabarett genial im harz tatsächlich soll ja sinn und zweck des programm ist sein dass ihr hier heute raus geht mit dem gefühl okay wir können was tun und deshalb kriegt ihr jetzt von mir mal ein paar ganz konkrete energie spartipps zum beispiel wer seine wäsche auf 30 grad statt auf 60 grad spart mehr als die hälfte an energie wer seine wäsche überhaupt nicht wäscht spart mehr als die hälfte an lässt ihn so zahlen hatten dann und dann hast du ja wirklich recht baby du kannst dich weitergehen ab heute dann spar ich energie mann 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 ab und an mach mir auch ein kopf und wem bring du den müll heute runter dann spar ich energie weitere informationen zu den terminen und zur kartenvorbestellung erhalten sie auch auf www.kabarett-genial.de ich Vielen Dank.